Ähm, ähm, verloren im Wind ist der zweite Zettel. Such dort, wo der Wind am stärksten weht. Und du brauchst natürlich nur die, äh, Burg absuchen. Und was soll das jetzt heißen? Wo der Wind am stärksten weht? Das ist das Rätsel, das du lösen, äh, sollst. Aber ich gebe dir einen Tipp. Der Wind weht meist oberhalb der Vierecktürme am stärksten. Und das bedeutet, äh, dass ich mir mal die oberste Etage der Vierecktürme anschauen soll? Genau. Und den Rest musst du selber rausfinden. Dann haltet schon mal meine Belohnung bereit. Ich bin gleich wieder zurück. Haha, viel Glück. Das wirst du brauchen. Ja. Ich hab mich deshalb auf das Spiel eingelassen, weil wir von Asuka einen ziemlich brauchbaren Zauber bekommen werden. So, und weil ich das ja schon ein paar Mal gespielt habe, hab ich mal meinen alten Schmierzel rausgesucht, auf dem ich mir die Ecken notiert habe. Bla, 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 bla. Hm, hm. Gut. Ach ja, genau. Die Drohnen sind interessant. Ja. Man kann die erst ab einem bestimmten Grad öffnen. So. Dödel, 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 dö. Jetzt grasen wir mal ab, was es hier so gibt. Kochbücher. Noch mehr Kochbücher. Und interessante Kochbücher. Ja. So, mit denen brauchen wir erst gar nicht anfangen zu quatschen. Die erzählen uns eh nichts Neues. Der Grund, warum ich jetzt gleich anfange, alles hier abzugrasen, wir werden es später brauchen. Liebe und Hass. Ja, ja. Altmoji. Bluttränke. Ganz wichtig. Für in unserem Sinne. Der Ersatz für Mana. Talisman. Hm, hm. Gut. Geschichten. Hm, hm. Noch nicht unbedingt interessant. So, Feuerball gelernt. Auch ein Grund, warum ich hier gleich alles abgrase. Hier kann man eine Menge lernen. Wenn wir schon mal hier sind. So. Ach, Quatsch, halt. Näh? Wo will ich eigentlich lang? Okay. Ziemlich weitläufige Bude. Muss man schon sagen. Geschichtsbücher. Hm, hm. Man merkt, er hat wirklich irrsinnig viel Personal, dass er einem im Weg rumlatschen könnte. Da, 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 da. Ja, ja. Ja. Ja, zugegebenermaßen, am Anfang hat man ein bisschen viel Pflicht auf, äh, Gerenne. Ja, also halt rumgerenne auf Pflicht, aber es lohnt sich. Feuerrot. 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 Normal brennt. Doch der nächste Zettel hat vergessen, sich in Asche zu verwandeln. Hm. Scheint, als wäre der nächste Zettel in der Nähe eines Feuers. Kommt eigentlich nur einer der Kamine in Frage. Hm, hm. So. Du, 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 du. Hm. Okay. Ich habe den Durchblick, ich habe den Durchblick. Geh mir aus dem Weg, ich hab die Vorfahrt, ich bin Sonnenbrünträger. ach doch ja 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 ich habe jetzt echt den fehler gemacht ich habe jetzt vorgestern angefangen mal endlich Vampire Stone 2 zu spiegeln weil davon habe ich immer noch so eine Stunde vom Anfang gezockt gehabt und da ist die Architektur jetzt komplett anders als hier muss man sich immer daran erinnern wie sieht es da aus wie sieht es woanders aus so was haben wir dastehen verloren im Gras zwischen den Bäumen im Wasser versteckt sich der nächste Zettel also der kann nur im Innenhof liegen Moment was sagt mein schlauer Schmierzettel beim Burgsee am unteren Ufer ha hier ist der eine breite Halde ein blauer Teppich der nächste Zettel liegt dort wo man da hingeht wenn man genug gesehen hat ja Anfangsbereich oder ja ich weiß es ist es der Bär mich das an wo er schon mal gespielt hat immer auf seine Zettel gucken muss aber in dem Game gibt es so viele Sachen die kann man sich echt nicht auf Anhieb merken ja aber ich hatte recht Eingangshalle und da sind wir eigentlich relativ schnell so da ist der Lamia großes Wissen gestapelt zwischen Stangenholzplatten findest du in den nächsten Zettel also Bücherregale und zwar du 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 ah aha okay wüsste ich es doch achja ähm was man nie tun sollte wenn ihr einen Zettel gelesen habt und aus Versehen bei einem der vorigen Zettel landet nicht lesen weil dann ist ja direkt von dem wieder anfangen die Reihenfolge durchzusetzen weil ihr euch dann zurücksetzt auf den Punkt so vom Dunst äh vom Blute sich der nächste Zettel labt ah im Dunst meine Güte was ist noch mit mir los ich sehe es klar aber meine Lappe sagt was anderes k k k k k k k k Untertitelung des ZDF, 2020